Wenn es wieder 66 werden, fehlen noch 15 Bälle. Aber ich glaube diesmal werden es mehr und ich weiß nicht wieso. Aber gescheitter Abtmüt wie es... Nein, keine Ahnung wieso. Dann kam ich auch hier noch vielleicht. 66 haben wir gehabt, ja? Ja, aber ich habe jetzt 52 schon. Ich glaube ich habe noch ziemlich viel unten liegen oder? Eigentlich schon. Mit dieser schönen Bienenwiese, wir hätten schon so viel Honig. Ja, da war ich schon. Ja, da war ich schon. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also das habe ich da nicht gut anscheinend auch im dunklen Kmet, weil da ist noch einiges auch auslassen. Ja, aber seh, das ist dann Abfall quasi. Du hast da auch was gelassen, da habe ich auch was gemäht. Da muss ich es auch schon. Ich meine, du kannst es lassen, wenn du willst, aber es ist ein bisschen was. Da wird eh eh nicht hinkommen. Ich denke mal, das kann ja nicht sein, dass das so einen krasen Unterschied ist jetzt ein paar Mal. Ich habe jetzt 59, ich mache jetzt nur mehr diese Querballen da unten, ja nicht zu lang. Ich meine, da wo ich so Oschquam bin, da wäre ja auch noch einiges drinnen. Also, Mittel bis Halbenballen, aber es wird wurscht sein. Hast du wirklich die Kurven so Oschquam? Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, hier auch noch ein paar Jahre. Dann war ich zu schnell hinunter, dass ich die Gabel noch nicht bereitgesteckt habe, bin ich durch den Ballen durchgefahren. Ja, da bin ich die Kurve nicht so schön gefahren, da ist noch einiges, aber wie du sagst, ist das Abfall dann quasi, also aus Schuss. Dann findet man irgendwann vielleicht eh wieder etwas mit, wenn es dann vielleicht zufällig drüber mehr ist oder anders mehr ist, dann nimmst du es so mit. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 noch sind wir über 300 322 sogar 30 prozent alles wird sich ändern noch der price nach unten schätze ich mal wo ja von gras bei salten graus das ja da machst du schritt nach unten es geht da wird es die maschine auch schon was ja 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 da 98.000 375 bis es geht aber seiner glaube ich dennoch nicht magst ich mag sie achse da ein axel ein aber noch ein durchkriegt sich glaube ich nicht aus heute wir müssen das alle noch absägen die sind aber alle schon bald die beiden sind ja auch noch nicht alle wie schon die müssten auch gekürzt sein war noch nicht alle aber lustigerweise maedrescher war eigentlich kaum in angebot man nicht dass man welche brauchen aber ich glaube es ein oder zwei mal jetzt schon fertig wenn es bei 291 nichts aber was war darunter geht weil das halt mal was sind nur neuen unterschied und jetzt haben es ähnlich zu uns draußen vielleicht dann wenn du magst machen weiter weil ich wieder ein traktor eine zart das heißt 54, 85, nicht 400 auch recht Oh, hier da. Whoopsie. okay denke ich mir dass das zwei kopf gehabt ja der ist jetzt wieder weg jetzt ist auf einmal wieder einer die spawnd das ist wirklich nur noch einer da was dann holzladewagen und 18.000 billig so müssen wir ein paar bäume halt opfern wobei das sind wurscht eigentlich ja wir haben jetzt überhaupt nämlich keinen ladewagen für irgendwas irgendeinen transportwagen wir können auch nichts verkaufen das heißt wir verkaufen jetzt aber nicht ja wo ja vielleicht kriegen wir die 18.000 haben dann ach die will ich halt dann wenn ich vielleicht will ich nur bis zum ladewagen ich meine du könntest ja auch theoretisch dann eine kettensäge kaufen dass du dann auch bäume schlagen kannst ich habe einen hinbracht schon wenn ja wenn du willst kann ich mutter sieg auch kaufen und dann könnten versuchen die bäume auf den ladewagen zu legen das funktioniert ich bin jetzt wieder los die anderen ist das ist besser er lässt mich das gleiche modell nicht noch mal kaufen ich muss ein teures körper sagt sie besitzen das bereits vielleicht hast du schon einen kopf natur ist eine erfährst du gerade gekauft dann gibt es die kommunale gut muss ich die um 1000 nehmen wenn man langsam fahrt könnte es klappen glaubst du dann fahren da du fährst dann sagt du wirst du ja meinen johnny fahren aber du könntest mit dem zweiten direktor schon kommen wegen dem jetzt haben wir vergessen oder machen wir das wirklich oder mit abnehmen und dann haben wir einmal drüber ich glaube das geschaut hat bevor wir jetzt eine seite mache einen nicht so wie halte ich das schräg weiter wie halte ich das schräg am rechten Maustasse gedrückt und ach so gut damit ist aber keine bäume da aussie ich glaube ich ein einfach den pomaten da weißt du dass ich beide ketten sägen jetzt habe ich habe gesagt vielleicht hast du gekauft nein dann kann ich auch auswählen ich sage ja vielleicht kannst du will einmal durch jetzt müsstest du meine ich kauft ja das habe ich ja vorhin gesagt vielleicht haben wir eine gemeinsam so aber da können wir sicher nicht gemeinsam benutzen ein paar messe dabei nicht Ich meine, wie du willst, kann ich dir eine wieder verkaufen. Ja, ich finde es unnötig, wenn wir zwei haben, oder? Ja. Stepper ist immer noch der hilfste Wert. Auf Bild geschlagen, misst du grad mit der? An? Lost. Ich hab's gehabt. Ich geh so weit wie möglich unten halt. Wollen wir nicht zu leicht hängen dann? Ja. Ich hoffe, ich hab das halt nichts gemacht jetzt. Oder? Oh, Sande, die ich jetzt geschnitten hab. Ich hab's gehabt. da habe ich jetzt auch umschnitten da ist auch einer da 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 ist noch einer hier kann man leider nur weit oben abschneiden da da wieso geht das nicht überhaupt wollen wir kommen weiter ich krieg den scheiß kreis nichts hallo hallo servus da ist einfach da der hoch eigentlich schon na das ist nimmer unseres ist der noch ist der noch ist der noch ist der noch der könnte noch sein der ist noch da habe ich da noch eine bombe da links stehen dann auch noch welche kriegt aber keinen grünen kreis da rechts oben sind ja noch welche kriegt da keinen grünen kreis wo die könnte man eigentlich stehen lassen weil die sind eh an dem waldstück mhm den da da wiesch ich nicht da zeigt er mal keinen grünen kreis ich meine es die da hinten was da stehen noch zwei genau da stehen noch zwei und die da oben stehen halt aber die könnte man eigentlich stehen lassen hier oben könnte man stehen lassen ja ich schau mal ob ich die um männen kann sind auch wieder einige büsche ist so so irgendwas muss ich doch falsch machen ich ich kann keinen grünen kreis Oder vielleicht geht es nicht, weil es das Du gerade benutzt. Ich bin eben, Traktor. Achso. Weiter gerade her. Da liegt es nicht dran. Weiter. Ich habe zurück. Und wenn Blau dann, dann hast Du nicht die richtige Position. Dann hast Du es vielleicht nicht schräg genug. Perfekt. Na gut, dann fahren wir mal. Ist der oben? Nein. Fahr mal, schauen wir mal, ob der oben ist. Na, ist nicht um. Jetzt müsste es sein. Du musst da noch mal welche verlegen, ne? Hier ist nichts. Da schaut sich das. Schaut gut aus. Stimmt gut aus, ja. Mach mal den rechts da im Wald stehen lassen. Den kann man dann wirklich, wenn ich mal einen Leiderwagen habe, kann ich den mitmachen? ganz oben meinst du oder wie? da rechts gleich bei dem felsen das gehört nicht bei uns sicher wir haben ja 55 und 54 das ist ja der wahl wo wir den abgeholzt haben ach so blödsinn ja stimmt ich bin gespannt ob du in den Hof reinkommst dort oben ohne dass du Bäume voll ist der Traktor ist mal angebot oh mein gott der Traktor ist das ich bin echt gespannt ob der Automat ist ja autonom steht da also müsste ja theoretisch eigentlich müssen ich glaube da musst du auch selber fahren wo die wieder wachsen und dann sind wir mhm glaubst du ist das ein Wert? ich glaub nicht viel 2000, 3000 erholst du dir jetzt diesen Wagen weil derweil brauchen wir jetzt ja nicht nein nein kann man da wieder ein Waldgrundstück dazu haben ich wünsche mir ob man den so verkaufen kann jetzt wenn es drüber fasst was? 800? das war jetzt ein bisschen ernüchternd das war wirklich jetzt ein bisschen das sind halt diese Ego-Präume die bringen halt ja so der Traktor ist voll im abseits jetzt eineweil so aber der ja aber schön hast viele erreicht heute wieder diese gewachsen oder wenn man gleich herrichten noch das ist ein sonntag wieder mit upgrade wie mit upgrade der verbraucht auch kaum sprit 285 die schule Untertitelung des ZDF, 2020